Für mehr Lebensqualität, die Villa Gasein-Spiez, Euer Markter für Wohnheigentum, mein Name ist Markus Gerber. Viel Platz, Bastelraum, Terrassen und eine Schminne ist euch wichtig. Ein 5,5 Zimmer, eine Dachwohnung mit 135 m² Wohnfläche lässt fast keiner Wünsche offen. Auf der Terrasse mit 18 m² haben dort genug Platz, um zu verweilen. Im Untergeschoss hat es einen eigenen Bastelraum und einen Keller plus einen grossen Abstellraum für die Allgemeinheit. Das heisst, für euch ein Hobby hat es genug Platz. In Mimmis findet ihr fast alles. Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, Kindergarten, Schulen usw. Und ihr seid schnell auf der Autobahn. Thun, Bern ist sehr gut erreichbar. Ihr habt Fragen oder wünscht eine Besichtigung? Für eure Lebensqualität stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Anja, auf den Stuttgart, die wir anschauenken. Wir haben die Stuttgart. Wir haben bei den Stuttgart, die wir bei den Stuttgart. In Mimmis тут gab es gleich eine Wunstürz- und Stuttgart. Die Stuttgart werden übermächtig. Schöpfung wird ebenso die Stuttgart und in den Stuttgart. Das Spielplan war die Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.